was geht leute wir sind in raceroom unterwegs mit dem f1 22 modell von raceroom wir sind auf dem circuit zeuder unterwegs eine strecke die meiner meinung nach noch nie im renn kalender war wird ein sehr sehr cooles rennen 12 11k leute plus mich wir sind zwölf im rennen starte von platz 6 ganz entspannt mitte des feldes falls euch dieses video gefällt lasst gerne ein like da und ein kommentar das ist wichtig für den algorithmus und supportet gerne kostenlosen abo da lassen leute haut da rein viel viel spaß beim video 5 runden solder mit einem f1k in raceroom mal gucken ob das was wird ich freue mich bitte 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 genießt dieses video mit dem schönen getränk oder mit mit kleinen tüten chips oder sonst irgendwas ach du scheiße geht natürlich sehr sehr gut los tipps ja m r r k ja k Ganz, ganz schwierig. Wow. Wow. Good save, Alter. Hilfe. Richtig. Da hinten dreht sich einer. Ja, ganz wichtig. Wow, man muss noch sensibel mit dem Gas sein hier bei dem Auto. Das ist ja heftig. Parkt das Auto doch noch mehr. Ja. Würdest du einkaufen gehen oder Rennen fahren? Herr Bauer, hä? Lieber in den Hof laden? Oder hier ein bisschen... ein bisschen schnelleren Trecker fahren? Ja, ey, ich bin doch auch noch da. Du hast doch auch noch einen Spot da. Oder trinkt der gerade? Was soll das denn? Ich weiß nicht, dass ich das nicht mit mir mache. Also, das war ne Frechheit, der Bauer. Well done, Toby. Nice move, mate. Deliver, jump left side. Clear, car left. Clear left. Great stuff. Keep it coming, mate. P3. Richtig, P3 jetzt. Oh, kommen wir ein bisschen weit raus. Die zwei da vorne fighten. Ich bin fast hinten drauf gefahren. DRS, zack. Windschatten. Ich probiere den jetzt gleich hier hinten drauf fahren. Wir wollen ja cleanes Racing haben. Alles, was zum Vorteil ist, nutzen wir. Boah, er ist schon wieder hier. Einmal einkaufen, bitte. Alter, dann bremst er mich sogar noch aus. Schon wieder. Switch back. Was solltet wird das denn, Alter? Auch so ein Frechdachs. Wir haben sogar noch der S. Two together. Äh, ja. Zwei Runden noch. Scheint so, als könnten wir das Rennen hier auch gewinnen. Ist aber sehr, sehr nice hier ein Zoll da mit F1-Autos. Kurven sind nicht schlecht, bis auf diese eine Schikane hier irgendwie. Verteidigt der sogar. Scheiße. Hier, diese Schikane ist halt nervig für ein F1-Auto, aber ansonsten. Ja, wobei, da ist die nächste halt noch ein bisschen dober, weil die Curbs halt flacher sind. Ja, was solltet das denn, Alter? Was ist das denn, Alter? Was ist das denn immer für ne freche Tattelgeg? Oh, schon wieder geparkt. Alter, was macht der? F***. Also jetzt, jetzt bin ich sauer, mein Bester. Ja, jetzt hat er ein Problem. Ja, nicht mit mir. Du hast so frech, Dachs. Du hast so frech, Dachs. letzte runde also die bremspunkte sind so crazy anders aber wir gewinnen das rennen, nice nice alter ey, du darfst das video mal vorbei ne hier ein paar fails, viel viel spaß dabei Digger, Digger, was für clear right alter Digger, was parken die denn so ist das eklig wieso parken der hier falls euch dieses video gefallen hat lasst gerne ein like da Burnouts sollten wir vielleicht nochmal ein bisschen üben wenn es zum ende kommt aber lasst gerne ein like, ein kommentar und ein kostenloses Abo da Leute, haut da rein alsPR den guy hier Suppet und hier Bis zum nächsten Mal.